Herzlich Willkommen auf unserem Pilates YouTube Kanal. Ich frage dich, was wäre, wenn es einen Weg gäbe, wie du in nur 30 Minuten am Tag in sehr kurzer Zeit deinen Körper wie neu erschaffen könntest? Wie viel besser ginge es dir? Während die meisten wieder eine neue Diät anfangen und verzweifeln, lade ich dich recht herzlich zur 30 Tage Pilates Challenge ein. Den Link findest du direkt unter dem Video. Klicke jetzt einfach unter dem Video und gucke dir unsere Challenge an. Bis gleich! Bevor es gleich mit dem Video losgeht, möchte ich unseren Kanal kurz vorstellen und ganz kurz einige Grundlagen über Pilates erklären. Pilates ist eine sehr sanfte Trainingsmöglichkeit. Das Training ist sehr wirkungsvoll, da es sowohl Körper als auch Geist anspricht. Es steckt ein von Josef H. Pilates entwickeltes System dahinter, das bestimmte Muskeln, aber auch ganze Muskelpartien anspannt und entspannt. Auch die Dehnung der Partien ist inkludiert. Hier kommt es ausschließlich darauf an, dass man auf die Qualität in der Übungsausführung achtet. Das heißt, es ist wichtig, die Übungen sehr genau und detailliert auszuführen. Die Atmungsreihenfolge ist in Pilates ebenfalls ganz bestimmt. Der Fokus der Übungen liegt auf der Mitte des Körpers. Besonders die Tiefmuskulatur in der Taille und auch im Becken wird trainiert. Dies verbessert die Bewegungsfähigkeit des gesamten Körpers. Das Drehen des Schulterbereiches gegen den Beckenbereich wird durch Pilates erleichtert. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, dass Taille und Hüfte schlanker werden. Das liegt an dem Aktivwerden des sogenannten Powerhouses, mit anderen Worten dem Kraftzentrum des Körpers. Die Gelenke werden regelrecht geölt und das ganz ohne sie in irgendeiner Weise zu belasten. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Teilnehmer davon berichten, dass sich ihre gesamten Haltungs- und auch Bewegungsgewohnheiten durch das Training geändert haben. Unsere Teilnehmer berichten von einer größeren Gelassenheit im Alltag und dem angenehmen Abnehmeffekt. Was wäre, wenn es einen Weg gäbe, wie du in nur 30 Minuten am Tag, in sehr kurzer Zeit, deinen Körper neu erschaffen könntest? Wie viel besser ginge es dir? Während die meisten wieder eine neue Diät anfangen und total verzweifeln. Die 30 Tage Pilates Challenge Klicke jetzt unterm Video, um an der 30 Tage Challenge teilzunehmen. Du bist herzlich eingeladen. Bis gleich! Palatisübungen-Bilder Palatisübungen-DVD Palatisübungen-Rücken-PDF Palatisübungen-Übersicht Palatisübungen-Video Palatisübungen-YouTube-Deutsch Palatisübungen-Zuhause Palatisübungsprogramm Palatisübungen-Für-Zuhause Palatis-Wofür-Gut Palatis-Workout-Deutsch Palatis-Workout-Intensiv Palatis-Ursprung Palatis-Video-Deutsch Palatis-Video-Fortgeschrittene Palatis-Video-Kostenlos Palatisübungen-Für-Anfänger-Video Palatisübungen für Anfänger-Zuhause Palatisübungen für Zuhause-PDF Palatis-Training-YouTube Palatis-Trainingsplan Palatis-Trainingsplan-PDF Palatisübungen-Kostenlos Palatisübungen-Namen Palatisübungen-PDF Palatis-Selbstlernen Palatis-Stundenaufbau für Pilates-Lehrer Palatis-Stundenaufbau-Anfänger Palatis-Täglich-Trainieren Palatis-Training für Zuhause Palatis-Training-Übungen Palatis-Training-Video Palatis-Trainingsplan-PDF Palatis- loosely Lin-ízündetz-1991 Palatis-iantes-ington- actedis Okay! Vielen Dank.